zurück mit euch zurück mit euch zeit zu sterben okay so baut mir da gleich auch mal wenn ihr schon hier seid das große haupthaus auf arbeit immer nur arbeit okay ich habe kein einzelnes schweinchen mehr dafür veteranen ich sollte die natürlich auch erst verbessern gut jetzt habe ich zwei unverbesserte veteranen ohne donnerhammer ach nö das ist jetzt ein schwert oder sogar noch mit mir zu den waffen finger weg von meiner eisen produktion unsere stadt wird angegriffen zurück mit euch ein gegenangriff zeit zu sterben nicht zurückweichen ein gegenangriff wo sonst fangen wir mal an hier verteidigung zu richten zu den waffen was liegt an ich hätte noch ein blutheiligtum gleich bauen können dann hätte ich jetzt mehr brande ist ist wachsen also ist was ich bin müde ja deswegen würde ich sagen ihr errichtet mir mal das blutheiligtum ist sie kommen jetzt auf der anderen seite und ich Sie sind in der Stadt. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja, ja. Kämpft. Ein Gegenangriff. Feind in der Stadt. Unsere Stadt wird angegriffen. Okay, das hält sie wenigstens so lange auf, bis wir hier oben fertig aufgeräumt haben. Feind in der Stadt. Die meinen es ernst. Hab einen Veteranen verloren. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja. Schon dabei. Feind in der Stadt. Gut, und mit dem da können sich Alia und Urias anlegen. Oh, wir haben unser Blutrecht. Das heißt, wir können jetzt... Hier mal einen Holzfiller errichten. Was jetzt? Hm. Und genau, greift die Arbeiter an. Die sind leichter zu ersetzen. Das ist ein Gebäude. Der Lichtbeter. Ernsthaft, jetzt kommen von der Seite auch noch welche. Jawohl, Blut. Ich baue noch ein paar mehr Veteranen, scheint es mir. Ist was? Dort hin also. Das ist ein verfluchter Überfall. Jetzt greifen die mein Haupthaus an. Verbesserung ist fertiggestellt. Sie sind in der Stadt. Verbesserung ist fertiggestellt. Zurück mit euch. Die meinen es ernst. Vorwärts. Vorwärts. Zu den Waffen. Zu den Waffen. Ja, ich habe hier gerade wieder viel Spaß. Tot den Feinden. In Deckung. Ist die Frage zuerst Totems oder zuerst Brande? Na, ich mache mal Totems. Ich glaube, die H7 hatten eh Feuerresistenz. Auf meinem Befehl. Auf meinem Befehl. So, dann haben wir auch noch den Krieger hier weg. Krieg. Für den Clan. Ah, ja. Oh. Was ist sie? Ja, halt vor. Oh, der ist abgehauen. Gut. Jetzt wieder fünf neue Arbeiter, die ich da vorhin verloren hatte. Oh, hi. Da kommen sie wieder. Was liegt an? Ja, halt vor. In Deckung. Krieg. Ja, halt vor. Halt vor. Die meinen es ernst. Für den Clan. Nicht zurückweichen. So, was fehlt denn noch? Ach ja, die Ruhmishalle. Die können wir jetzt gleich mal bauen. Ach, das war das Teil, ja. Ja. Ist was. Dorthin also. Ihr bringt kein Holz mehr hier. Deswegen verfragte ich euch mal hier rüber. Ja. 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 Ich vorrieche ihre Nähe. Gut. Oh, ein Einzelner. Gut, den machen wir noch weg. Zurück mit euch! Was ist... Seht euch vor! Ist der Baum weg? Ja, der Baum ist weg. Gut. Dann kannst du mal hier rüber. Wir können dich abreißen. Verdammt, die sind schneller als wir. Sie sind in der Stadt. Lass mein kleines Haupthaus stehen. Gott, machen die Damage. Ein Gegenangriff! Das Gebäude ist einsatzbereit. Ja, Arbeit. Immer nur Arbeit. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Arbeit. Immer nur Arbeit. Reparier doch mal das große Haupthaus. Das ist nämlich auch nicht gerade unwichtig. Wir kriegen wieder mehr Holz, dadurch, dass wir unsere Holzfäller gesiedelt haben. Linia geht einigermaßen. Wohin? Gut! Okay, das Linia ist abgebaut schon. Das heißt, wir können ein neues Schnitterzelt errichten. Wie steht das Zelt? Lasst uns lieber Krieg führen. Aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal unseren Cut wieder. Speichern. Und sehen uns gleich wieder.